Jutschi, Leute! Willkommen zurück zu meinem Let's Bay, The Legion of Zelda, The Wind Waker! Yay! Hoi, Sadie! Und jetzt sind wir in der verwuschenen Bastion. Und wir haben unser Schwert verloren. Also die Fassnummer hat echt kein Fass aufgemacht. Ich hasse diese... Ich hasse das. Weil wir müssen uns hier rumschleichen. Und aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden. Yeah, Solid Snake-Slike mäßig. Und ich eier schon wieder rum. Super, warum eier ich so? So, aber jetzt müssen wir mal gucken, wo wir sind. Ja. Und das wird jetzt eigentlich auch nichts mehr mit den... Ja, nur 20 bis 30 Minuten Parts. Weil ich wollte das in einen Zug durchspielen. Also die Bastion. Und da ist das so eine Sache. Nee. Gar nicht. Ja, wir müssen uns auch so ein Moorblem vorbeischleichen. Ach, ich guck mit der Kamera nicht so. Da sind wir also... Ja. Und das machen wir... ...hier, indem wir uns in Fässer verstecken. Also so sagen, was bei Solid Snake... Das Karton... Also der Karton ist... Das ist bei uns... ...ein Fass. Schon hier so ne Fass nochmal. Okay. Achja. Und wir sind natürlich... ...hilflos. Wir können uns nicht wehren, weil wir... ...ja kein Schwert haben. Ja. Ja. Ja, er kann sich da... Ja, er kann sich da festhalten. Das ist gut. Gucken wir mal weiter. Weil man kriegt hier auch übrigens ein Herzteil. Das gute Stück wollte ich mir auch mal holen. Ja, du bist da vorne, Junge. Achja, noch etwas. Wir müssen auch diese... ...Suchlichter ausschalten. Das wäre nämlich am besten. Weil wenn die uns anvisieren, stoppen die uns. Nein, sie werden uns nicht töten. Sie werden uns einfach in den Kerker werfen, wo wir das wieder rauskommen. Aber... ...Leute... ...es ist ziemlich nervig. Wenn man wieder... Okay, ich hätte da auch was. Link, hör mir gut zu. Wenn du die Leit darauf glätzt, erwarte ich da oben, der umholt, diese Luchtsuchmascheinwerfer bedient. Wenn du ihn bezwingst, hältst du damit vielleicht die Scheinwerfer an. Dummerweise bist du unbewaffnet. Außer dein Schild hast du nichts, um ihn nicht hinzustellen. Also an deiner Stelle würde ich mit einem Schild den Abgriff dieses Schurken abwehren und wenn er seine Waffe verliert, diese schnellste Durchdrücken von A aufheben. Na ja, mal sehen, wie wichtig überhaupt ist. Ja, einen Moment mal. Aufgenommen. Gut, Audacity nimmt auch auf. Ja, also bei den Abwehr, also der Capture nimmt zwar auch meine Tonstimme mit auf, separat, aber leider ist so das Rauschen da drauf und bei Audacity kann ich das jedenfalls noch rausschmeißen, also rausfiltern. Darum mache ich also das noch getrennt. Also, erstmal, das ist also auch unsere Mission. Wir müssen erstmal die ganzen Suchtscheinwerfer ausschalten und... Ja, ich schalte es den erstmal aus. Später ein Funkfeuer. Ach, da! Ja, da wollte ich hin. Ja, hier mal auf, Junge. Wo? Wo ist der denn hin? Also, joa. Nehmen wir das. Und verprübel ihn. Ja, gut. So, das war... Suchwerfer... Äh, Suchwerfer... Verdammt, wie heißen diese dummen Dinge nochmal? Also, das ist zu sagen, dass... Also, der erste, der ausgeschaltet wurde. Freut euch, Leute, das werden die Überlänge. Ja! Äh, äh. Das brauche ich ja nicht. So. Alter, ich hab Angst, dass Link irgendwie zu viel springt. Wir haben den ersten ausgeschaltet. Und auch drei. Hm. Warte mal, kam nicht, war bei denen der irgendwo hinweil ein? Ach, come on. Link, mach doch so ne Scheiße. Gucken wir mal uns mal um. Hm. Das Problem ist nur, das ist praktisch dann auf links Augenhöhe. Und wie ihr seht, ist die Mauer ein bisschen, ja, bis zu seinen Augen. Das heißt, wir können leider nicht richtig was sehen. Ja. 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 So. Gucken wir mal's mal um. Ja. Den wechsel ich auch. Bin ich um ihn reingeraten. Ja. Was tut man nicht um, seine kleine Schwester zu retten, nicht wahr, Link? Komme ich denn da oben hin? Hm? Ah! Guck mal. Guck mal. Ja. So. Täusch ich mich jetzt? Oder... Oh, Vorsicht. Kommen wir da oben hin. Probieren wir es einfach aus. Ich habe ja gesagt, wir ohne Überlänge. Weil das schaffe ich nie und nimmer in 20 Minuten. Und ich sollte mal langsam mir das abgewöhnen, das Link hier so umreiert. Wie wir so tun haben. Jogi kommt da hin. Alles klar. Gut dann. Suchscheinwerfer Nummer 2 ausschalten, bitte. Ach, by the way, ich werde nebenbei noch was trinken. Weil ich nämlich so einen Hustreiz in der Kehle habe. Und das ist nicht gerade angenehm, den Leute, wenn ihr mich husten hört. Weil ich kann manchmal ganz schön so husten. Da denkt man tatsächlich, ich bin am sterben. Weil ich so dermaßen so einen abwüste. Guck her. Ja. Ja. Der mobbigt dich mit dem Strock. Du brauchst das nicht. Fuck. So. Weg damit. So, den haben wir jetzt ausgeschaltet. Wie kommen wir nochmal an den anderen? Ja. Also die auszuschalten sind nicht das Problem. An den Mobblis vorbeizuschleichen wäre das Problem. Ja. Weil wenn die uns sofort entdecken, dann ist Krawall angesagt. Aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund. Toll. Die kann sich da nicht hochziehen. Super. Ich schätze immer irgendwelche Profis werden wahrscheinlich da von oben hier drauf springen auf die Mauer. Und dann rüber wanschen. Also rüber wankeln. Das vermute ich mal. Aber die muss ja auch unbedingt ausschalten. Sonst gibt da Alarm, wenn er mich entdeckt. So. Ist das so weiß? Aha. Oh, das ist ja ganz gut. Oh nein. Das ist nämlich eine Schatzkiste. Oh. Was haben wir bei Niko gelernt? Moment. Dass er ein Idiot ist. Oh. Seht ihr da? Die Leute? Das sind die Moblins. Das sind die Moblins. Die schlagen Alarm. Oh. 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 Ah. Oh. Oh. Was ist mit dir los? Verpiss dich Ratte, sonst kriegt's so Minz in die Fresse. Ja, mach mal auf. Aber wenn ich mich nicht hier täusche, müsste das ein Herzteil sein. Na bitte! Die jeweils vier Herzteile füllen zusammen, Herzteil zusammen, bla bla bla. Du putest, man soll immer fleißig suchen. Dann werde ich mal die Option speichern. Das mache ich immer, wenn ich wichtige Dinge gefunden habe, wie zum Beispiel Herzteile. Allerdings gibt's jetzt ein Problem. Das Problem ist jetzt, ich muss... Oh nein, ich muss da echt da durch. Na, hätte ich mir vielleicht den Herz da später holen können. Ach, na toll. Ach, das sind auch... Ja toll, zwei. Boah, ich krieg immer einen Schreck bei denen. Ja, ja, schön für mich. Weil... Es sind so alles, so sagen wir, die Hyrule Wachen in Urine of Time. Warum? Oh! Ein bisschen wachsamer, glaube ich. Sind jetzt hier eine... Nicht ablegen. Oh. Okay, ganz schnell. Es gibt eine Stelle, da sieht man die Schweine backen nämlich nicht. Ja, Link. Komm, jetzt hör auf zu eiern. Oh nein, nicht die Stelle, die hasse ich. Ja, genau. Oh, ich hasse diese Viecher. Die sind lästig. Ich kann mich auch nicht wehren. Das ist ja das Problem. Die Motive vermehren sich. Die kommt immer wieder. Also da ist die einzige Taktik, in Bewegung bleiben. Ja, und hier ist wieder... Ach, gut. Die ist sozusagen halt leider der Nachteil, dass Link natürlich, wenn er irgendwelche Monster sieht, natürlich auf sie fixiert ist. Und nicht auch, wo er sich jetzt nach vorne richtet. Oh. Oh. War klar. War ja klar. Oh, Link. Was warst du da? Was sind das eigentlich für Viecher? Los, schnell, schnell, schnell. Ja, ja. Rutsch ab. Nein, aber es bringt auch nicht, da hinzuspringen. Oh, das bringt gar nichts. Ach, ihr. Weil... da ist so weit weg. Wir müssen tatsächlich hier die Fackelmohrnummer machen. Oh, ich hasse diese Viecher. Die sind lästig. Und da wir gelernt haben, dass Link mindestens zwei Minuten herschwingen muss, machen wir es auch zweimal. Die Spannruhe nicht hier hoch. Obwohl Uwe gerade eingesehen hat, dass er hier so hochgepackt ist. So, was haben wir hier Feines? Na, 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 na? Den Kompass. Aha. Ja, ja. Ich fahre da unten in der Party. Und ich bin nicht eingeladen, zum Glück, weil ich hatte keine Lust. Wo sind wir jetzt? So. Aha. Hm. Hier sind doch irgendwelche Kisten, die ich hier hinschieben müsste. Waren wir hier nicht schon mal? Ja. Ich habe das Spiel zwar mehrmals gespielt, aber gelesbt habe ich es noch nie. Deswegen, man möge mir verzeihen, dass ich da ein bisschen orientierungslos bin. Weil spielen, gleichzeitig kommentieren, ist nicht so einfach. Ja, wir waren hier schon. Okay, dann kommt gleich wieder, wie diese Fackelnummer ganz super vergeigt haben, aber dafür ein Hetzland bekommen haben. Also, eine, ja, Lose-Situation. Gab sie vielleicht noch nicht eine Möglichkeit? Oh, ich weiß noch, dass ich das erste Mal hierher drin war. Oh, Leute. Ich habe es gehasst. Weil mich immer diese Moblin erwischt haben. Oh, ja. Ich kriege immer dann so Panik, wenn ich an ihm vorbeischleichen muss. Was ist denn da für ein Ruh zu heiern? Oh, 16 Minuten. Super. Hä? Ach, da kamen wir ja. Nicht runterspringen. Ja, ich bin jedes Mal mit diesem blöden Moblins in die Arme gelaufen, bis ich herausgefunden habe, dass ich nicht unbedingt an die vorbeigehen muss. Also, da, wo es ziemlich tricky ist. Ich würde euch die Stelle zeigen. Naja, ist ja wohl klar, ich muss da vorbei. So. es gibt ja vielleicht eine Möglichkeit. Kann ich hin? Komm, zeig mir mal. Ah, ja. Gut, da wollte ich hin. Genau da wollte ich ja hin. Das ist ja die Stelle, wo ich gedacht habe, ja, wir können einfach auf die Mauer springen, dann über. das würde uns was bringen. Leider bin ich nur Gelegenheitsspieler und kein so Hard-Trop-Prove-Gamer, der eigentlich Spiele regelrecht inhaliert, um zu überleben zu können. So es sei, dass die Spiele praktisch nicht sein tägliches Brot sind, sondern zu sagen, sein Sauerstoff. Hallo! Hier! Niehe! Boah, hier! Wie sind ich die, die Viecher? Gut, das gute Stück haben wir ausgeschaltet. Ich muss aber auch sagen, die Mucke ist auch endgeil. Hier, dieses zu dieses bedrohliche Soiling. Ich müsste mal gucken. Ah ne, ich geh mal wieder raus und guck mal, was da am anderen Gang ist. Obwohl, ich schätze mal, ich müsste jeder... Moment mal. Ach gut. So, nochmal richtig schwingen und loslassen. Was ist das denn? Mann, Link, was war das für eine scheiß Aktion? Aktion. Okay, okay, jetzt seht ihr, was passiert. Jetzt wird ihr richtig sehen, was passiert. Hier, sperr mich ein. Äh, ja. Das passiert. Sie schmeißen mich in den Kerl. So, weil ich mich nicht irre, ist eigentlich auch da, wo ich auch hinwollte, bevor Link das mit der Fackel vermasselt hat. Ich verstehe das eigentlich auch nicht. Ich meine, er war ja doch weit oder ich hätte... Ich hätte vielleicht noch nicht... Gut. Wie komme ich hier raus? Ja. Ganz einfach. Nein, nicht so. Okay, den Schrank kann ich nicht verschieben. Aber... Das ist die Möglichkeit. Ja. Wir hauen einfach ab. Oh, da war noch ein. Mist. Ja. Und wir sind schon draußen. Und Leute. Genau, wir sind dort. So. Hm. Soll ich doch ein bisschen weitermachen? Obwohl, das wäre hier eigentlich eine gute Stelle aufzuhören. Ach, ich mache noch ein bisschen. Aber ich wüsste so gerne, warum Link da... Ich meine... Ach, warum er da nicht abgesprungen ist. Ich meine, er war doch oben genug oder müsste ich da... Müssen wir tatsächlich runterrutschen? Könnte ja auch sein. Ja, die Labyrinthkarte. Mhm. Ja, die seht ihr leider nicht. Aber sie ist nämlich auf meinem Pad. Aha, da bin ich also. Ich glaube, ich müsste dann gleich wieder ein bisschen umgehen, weil da gleich eine ganze bestimmte Stelle ist. Okay. Und jetzt... Ah! Anhalten. Äh, rutscht da ein bisschen runter, Junge? Nö, irgendwie nicht. Okay, da unten ist es ziemlich auch heiß. Halt bei eurer Hand über eine Kerze. Dann wisst ihr, wie heiß das wird. Aha, hier ist es linker weitergesprungen. Sonst, als er so hoch gesprungen ist, da ist er wieder runtergefallen. Naja. Ach ja, die Moblin schmeißen uns immer wieder dahin. Also in den Gefängnis. Und wir kommen immer wieder raus. Also es ist so nicht der Weltuntergang, aber es ist auf Dauer ziemlich lästig. Das waren ja drei ebenen Lichter gewesen, die wir ausgeschaltet haben. Okay, was ist denn jetzt? Da war ich schon mal, wie ich sehe. Ach ja, das ist auch so eine Tür, die gerne Feuerschmuck, oder? Ach, da kommen wir raus. Ja, seht ihr diese Figur da oben, diese Statue über der großen Tür? Die greift uns an. Sprich, sie spricht, sie spuckt Feuer und wir aus Link einen Bratlink machen, wie man vor immer sagt. Aber da Link nur seine kleine Schwester retten will und nicht unbedingt als Brathähnchen entwürfen will, also ist ja wohl klar, dass es doch ratsam ist, ihn zu meinen. Okay, es ist aber kein Instant Death, das will ich jetzt dann nicht sagen. Und schwingen, schwingen, und schwingen. Oh, loslassen. Gut, so. Moment mal, machen wir doch mal ein paar Vasen kaputt. Vielleicht ist auch ein kleines Herzchen für uns. Nein, er ist nur so eine Phase. weil ich will meine Schwester retten. Alles andere ist mir schreckt egal. Ach ja, das brauchen wir gleich. Die Kiste brauchen wir. Ja, wir sind da oben. Oh, Tetra meldet sich. Moment, Leute. Haha, jetzt habe ich's, jetzt habe ich's liegen. Auf dem Turm, wo deine Schwester gefangen halten, Entschuldigung, auf dem Turm, wo sie deine Schwester gefangen halten, kommst du nur, wenn du zum Raum direkt unterhalb des Turms gelangst. Von dort aus musst du einen Ausring ins Freie finden. Von außen kannst du den Turm dann besteigen. Alles klar? Okay. Danke, Tetra. Praktisch so ein Kommunikationsstein, ne, Stein, meine ich. Okay. Warum soll ich mal die Kiste runterschieben? Ich meine, warum ist denn hier eine Kiste? Da gibt's nämlich eine Stelle, da muss ich die Kiste runterschieben. Dann habe ich so eine Art Abkürzung, das sehr praktisch ist, weil man könnte nämlich runterfahren und dann darf man den ganzen Weg nochmal nach oben gehen. Und Leute, das ist lästig. dummau. Ach, wie viel ist das? Die Steuerung und mit so wenig die Steuerung. Das links ist nicht rechts und mit rechts dreht die Kamera. Okay, die Kiste steht nur für dumme Nüsse. Ah ne, da... Oh, Kamera, bitte, versteck dich nicht irgendwo hinter Gegenständen oder Mauern, okay? okay, 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 Jupp, das ist die Scheißstelle, Leute. Aber den Weg gehen wir nicht. Okay, wieder zurück. Denn jetzt gehen wir ganz woanders lang. weg. Wir gehen nämlich jetzt von der anderen Seite und dann haben wir nur eine Schweinebacke vor uns. ein bisschen blöd. Ja, streck dich noch eine Runde, denk. krank. Ach komm. So, da die Suchscheinwerfer ausgeschaltet sind, brauchen wir uns ja auch keine Sorgen machen, dass die uns jetzt entdecken. Also, gehen wir mal kurz da rein. Dann gehen wir mal hier rein und so. Da, seht ihr? Da. Da muss ich von oben eine Kiste runter schmeißen und sie da noch da hinschieben. Da kann ich immer, wenn ich dumm war, da runter zu springen, immer wieder da hinkommen. Also, wieder hochklettern, brauchen wir den ganzen Leben ja nochmal da lang. Ganz praktisch, oder? Hä? Da hat er einen Schatz drüber. Was soll ich mit? Oh, nee. Warte mal. Ach, falscher Weg. Die wieder. Ist das nur eine? Ja. Jetzt bin ich halt nicht nur eins da. Nö, wär's schön und wahr. Wär so schön gewesen, wenn es nur einer wäre, oder? Also, nochmal in den Knast werfen, habe ich keinen Bock darauf, Leute. Oh, Mann. Ich bin echt kein Fan von solchen Spielen. Besonders nicht, wenn ich mich nicht wehren kann. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Also, verzieh dich. Ist die andere Schweinebacke auch da? Ja, ja. Niemand da. Hier ist keiner. Hier ist niemand. Das ist nur eure Einbildung, eure Paranoia. Die Schweinebacke haben aber auch mehrere Gestalten angenommen. Es gibt ja einmal so die Hundegestalt von denen und einmal die Schweinegestalt. Die Schweinebacke, also von diesen... Okay. Ja, ja. Ähm? Ja, hättest du mal die Güte... Er... Er wundert sich nicht, warum da ein Fass steht und so. Die sind zwar vielleicht wachsam, aber nicht gerade die Hellsten, zum Glück. Was machst du da, Link? Schnell! Ich hasse sowas. Alter! Ja, und Leute, die jetzt nicht kaputt lachen. Hehe, du stellst dich an. Ja und? Es ist nun mal nicht meine Welt. Äh, ja. Das bin ich... Das bin ich... Federmäuse. Ach, machen wir die Scheiße jetzt einfach durch. Oh, nö! Da sind ja noch welche. Das ist ja schon hier so Wichtiges geben. Nee, hier frag ich mich gerade. Hm. Ich weiß nicht, ich bin auf der einen Seite neugierig, weil da... Scheint irgendwie eine Schatzkarte zu sein, oder... Allerdings, wenn ich mehr so sehe, ist die Fläche eigentlich... Oh, die ist aber ziemlich nah dran. Ist unser... Ist der Raum da, wo das ist, die Scheißkiste, schon hell? Also gehe ich mal davon aus, dass sie schon da drauf war. Ist ja so... Die Räume, wo man nicht vorsehen, sind dunkel. Aber dieser Raum ist hell. Also gehe ich mal davon aus, dass sie schon mal da drinne war. Also gibt es keinen Grund, da noch mal rein zu... Super. Okay. Komm schon, beeil dich mal, Link. Ich glaube... Ja, ja. Scheiße, ich sauf ab! Ich glaub's nicht! Ach, da! Hahaha! Komm schon, Link! Komm, komm, komm! Boah! Verdammt! Okay. 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 Das war eine Aktion gewesen, die beinahe böse in die Hose gegangen wäre. Aber ich hab's auch okay gekriegt. So. Wo sind wir jetzt? Mhm. Mhm. Muss ich... Warte mal. Wo ist denn? Ich will nicht an den, an den vorbei. Hä? Ich will nicht an den, an den vorbei. Hä? Ich mag... Ach, da muss ich auch hin. Na super. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Er soll da nicht. Okay. Ja, klar, Kamera. Ich hab's schon gesehen. Ich muss da hin. Ich weiß... Leute, wisst ihr, wie frustrierend das Anfang war, dass ich mich immer mehr da entfernt habe? Also mein Ziel... Also mein Ziel... Das war ziemlich frustrierend. Das war ziemlich frustrierend. Das ist mir ein bisschen verwirrt. Oh, nö, ich bin doch... Ach ja, ich weiß jetzt. Zuerst, ich wollte ja erst mir ein Herzteil holen. Und dann hierher. Und dann den Weg gehen. Und das hat mich jetzt total aus dem Konzept gebracht. Ja, Link. Hier schon. Hierher. Los, den Beeil dich. Super. Ich bin den ganzen Weg um so... Ja, Link. Hoch mit dir. Drehen. Und hoch mit dir. Also wenn man in Bewegung bleibt, dann erwischen sie eigentlich einen nicht. So, jetzt den Weg immer lang. Ist hier irgendwas, was ich runterschubsen kann? Nein. Oh, dort ist... Wo komme ich vielleicht dort hin? Nee. Ah, ich vergesse nicht, wie das ich... Ich vergesse ja immer wieder, dass ich ja... Dass ich nicht mit links drehen darf, wenn links ich nur umschauen sollte. So. Hier nochmal, lieber 100 Mal gucken. Nö. 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 Ich weiß schon, da muss ich hier. Okay, dann gehen wir noch da lang. Oh, come on. Ja, ich gehe den ganzen Weg hier zurück, Leute. Ist hier irgendwie eine Tür? Nö. So. Oh, ein bisschen nach richtig hin. Sonst... ...schürzt du... Und los. Oh, nochmal richtig schwingen. Und jetzt loslassen, bitte. Ja. Alter, der manchmal... ...wird der irgendwie nach hinten geschleudert. So. Ja, da ist die Kiste. Und beim ersten Mal, liebe Leute, bin ich einfach schnullter runtergesprungen. So. So. Schieb das Ding runter. So. Jetzt können wir... Ja. Ich bin da runtergesprungen und habe die Kiste nicht mitgenommen. War ein bisschen übereifrig. So. Äh. Greifen und schieben. So, Leute. Wir haben eine Abkürzung. Äh. Ich glaube... Toll nicht ganz. Äh, ja. Begreifen, Junge. So. Jetzt können wir hier rauf. Und... ...und sollten wir immer runterfallen, können immer diesen Weg gehen doctrine. Ich würde gar nicht sagen, dass wir da einen ganzen Mobbins vorbei müssen und Danke, Kamera, diese Einsicht. Jupp, wir kommen der Sache immer... Nee, ach ja, da kommt auch wieder so eine Lieblingsstelle, oh Mann. Ach, wisst ihr was, Leute, ich glaube, ich werde es doch einfach durchspielen jetzt. Oder? Nein, da kommt gleich auch wieder eine Katzi, merke ich gerade. Ja, deswegen muss ich jetzt hier aufhören. Übrigens, kennt ihr die Gegend wieder? Ja, es ist genau da, wo ich sage, dieser Kappel, hier ist es schwer vorbeizukommen. Aber das werdet ihr in den nächsten Part sehen heute. Also, sieh mal dann.